Dieses zur Miete angeboten Objekt befindet sich in Oberhausen-Schwarze-Heide. 1995 wurde diese Immobilie erbaut. Die Immobilie verfügt über 25 Parkplätze. Auf einer Gesamtfläche von ca. 1160 Quadratmetern weist das Objekt eine Verkaufsfläche von ca. 720 Quadratmetern auf. Die Immobilie hat einen Mietpreis von monatlich 7500 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.